Willkommen bei der CatLady. Unser Name ist Susan Ashworth und wir sind hier im Gespräch mit Ann Burton um an Informationen heranzukommen oder besser gesagt an ihrem Handgelenksding. Damit wir hier rausspazieren können. Weißt du wie man hier rauskommt? Etwas stimmt nicht mit diesem Ort. Entschuldigung. Übrigens in der letzten Folge gab es ja dieses riesige Herz. Das wollte ich nicht. Man hätte es vielleicht versuchen können es aufzuschneiden. Weil wenn ich das gemacht hätte, wer weiß was sie denn in Wirklichkeit gemacht hätte. Deswegen, besser nicht. Weißt du wie man hier rauskommt? Etwas stimmt nicht an diesem Ort. Etwas ist falsch mit diesem Ort. Ich denke es ist wirklich nett hier. Wir müssen hier bleiben. Gehen was sie sagen. Geh die Pille, die sie uns geben. Manchmal, wenn ich behave, sie geben mir die rote Sachen. Ich warte auf es. Ich bin gut. Was ist diese rote Sachen. Es ist eine Drogen. Meine Lieblingszüge. Rote Sachen nimmt die Schmerzen. Ich muss hier bleiben. Die guten Pfiffe sind sehr nett. Sie sind immer erinnern. Sie wissen, dass ich so lebe. Aber es ist nicht das gleiche als die Drogen, die ich in meinen Tränen sehe. Auf der anderen Seite des Schmerzes ist ein Spiders Herz full von Drogen. Ich sehe es einfach nicht mehr zu finden. Ich sehe es einfach nicht mehr. Verdammt. Sie hätten es doch aufschneiden müssen. Ich sehe es. Ich fühle mich, zu spüren. Was ist dein Name? Es ist nichts, zu spüren. Jeder hat sterben. Jeder. hat ziemliche Probleme. Lass es doch. Alles. Ich war immer glücklich, zu einem Konsolationpreis zu erreichen. Du weißt? Sind Sie okay? Ich bin okay. Ja, es ist alles okay. Es ist einfach schwer, zu warten. Du weißt? Sie sagten, ich kann es haben. Du weißt, ja? Also ich warte hier. Ich will nicht es missen. Ja, die Schwester ist auch nicht nett. Okay, die ist auch total durch. Was genau ist das kleine Zutaten? Du weißt, es ist die Red Teardrop von pure Happiness. Sie bringen es, ich trinke es, und meine Schmerz geht weg. Without es, ich fühle so so angry. Es ist wie ich gehe verrückt. Es ist lustig, aber ich einfach so fucking angry manchmal. Ich bin Dying, ich denke. Wir alle Dying, ich gehört. Sie sagten, ich gehe zu Hell für es, aber ich nicht tun nichts. Ich nicht wissen. Er weiß er wissen. Wer? Him! Dr. Higgs? Right. Okay. No, probably nicht. Ich need die Red Medicine. Ich need es jetzt. must be a good girl. I must be a nice girl. Maybe I could get you some of that stuff. Do you know where they keep it? Oh, they have it hidden well. You can't get there. Or maybe you can. I see it in my dreams sometimes. It's where the nurses are. But in my dream there are no nurses there. I see it but I can't get it's so near and yet so far I can still hear the broken heartbeat of the spider's heart. Yeah, haben das verpasst. How about we swap our name bands? Oh yeah, I don't mind. But that would be like a favor to you. Yeah? Well, technically you wouldn't lose anything because I'd give you my name band instead. does that make any sense? Sure. Yeah. I do want something better in return though. I'm not that stupid. I know you'll use it to get out of here. Oh, I never said you're stupid. I just really want to go home. Please understand. That's fine. I don't mind. I'll give it to you if you get me the red stuff. Damn it. you say? I thought nurses give it to you anyway. No, not that. I'm talking about the real thing. Something you can only get in the world of dreams. Now that is something special. Is it safe? It's perfectly safe. Um, okay. I'll see what I can do. Ich wollte das eigentlich nicht machen. About these names. Oh, yeah. We can swap our name. But remember, it's right there. Okay. I'll talk to you later. Yeah? Yes. Go. Be careful. They're watching us. And remember, we must be nice to earn the red stuff. Always be nice. Can I make a phone? Oh, but can you please? Yeah, then we're still in this damn Albtraum- Hätte Hätte ich das gewusst, hätte ich das gemacht. Aber das Problem ist, man will ja hier nicht ständig Sachen aufschneiden. Dann würde sie, wer weiß, was sie in Wirklichkeit macht. Vielleicht bringt sie irgendjemanden um, sticht ihnen ins Herz mit dieser Glasscherbe. Deswegen wollte ich das nicht machen. Das waren meine Bedenken. Oder sie verletzt sich selbst. Am Ende ist es Blut und sie ein Vampir die Anne will Blut trinken und man verletzt sich nur selbst dabei. Na dann drücken wir nochmal. Ich will meine Medikamente und dass mich Doktor Hummer untersucht. Someone ist gekommen. der Krankenhaus Hummer Oh Die rotbrillige Schwester Hast du die Belle Ist da eine emergency? Ich wollte sehen wie lange es dauert die Belle antworten. Schau, ich bin eine Lehrerin. Ich habe viel Facharbeit zu tun. Was du hier machst es nicht arbeiten? Wollen Sie mich verarschen? Kümmern Sie sich um Ihr eigenes Kram haben wir uns normal verhalten? Oh ja, wir beschweren uns. Ich habe deinen Namen, damit ich eine große, fatten Beflege mache. Es gibt keine Neuheit für diese Attitude. Erstens werden Sie disruptiv, wenn ich meine Beflege habe. Und jetzt mich beschweren. Oh, Sie sollten wissen, dass wir hier nur die Doktorzeuge folgen. Jetzt, vergiss diese Schmerz und lass mich kurz schauen deine Brustband. Frau Ashworth, ich sage es, dass Sie das nehmen, okay? Ja, komm, nehmen wir sie lieber so, als wenn da uns noch jemand festhält, was ja... Das ist eine gute Frau. Nun, trink es unten. Du fühlst mich viel besser. Nun, geh zurück in deinem Raum und resten. Du kannst dich relaxen und einen großen Schlaf haben. Und dann werde ich wahrscheinlich irgendeine Schwester ins Herz stechen, damit ich an das rote Zeug rankomme. Ich frage mich übrigens bei dem Rätsel, ob man das hätte auch anders noch gesehen. Ob das überhaupt möglich gewesen wäre. Egal. Wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Wir wollen an das rote Zeug rankommen. Das Spinnenherz. Habe ich das untersucht? So schwer, sich zu konzentrieren, dieses Mediärger, okay? Dann wird es... Entschuldigung, dann wird es Zeit. Das Herz zu beseitigen. Hier! Ha 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 ha! Rauschgift. Medikamentengefäß. Benutzen. Ich fülle es mit diesem Medikament. Ha 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 ha! Und jetzt gehe ich schlafen. Oh, der Rechner ist kaputt. Da sollte mal jemand einen neuen Monitor besorgen. Ja, wir hätten das alles in einem Zug machen können. Aber wie gesagt, ich wusste ja nicht, dass wir das so machen sollen müssen. Ich untersuche die Tür. Das ist mein Zimmer, hoffentlich nicht mehr lange. Wir gehen hinein. Jetzt legen wir uns schnell aufs Bett. Und dann sind wir hier auch schon weg. So. Und gute Nacht. Pisch! Au. Das hat weh getan. Aber langsam dämmern wir hinweg. Und erwachen. Nicht in einen Traum. Oder träumen von der Wirklichkeit. Ha ha ha. Ist sowieso die Frage, was hier real ist und was nicht. Die Drücken sind weggezogen und ich fühle mich besser jetzt. Aber ich kann sie das wieder mit mir machen. Ich muss hier rauskommen. Ja, nicht noch einmal, besser gesagt. Hallo. Ich habe was für dich. Ich untersuche das mal. Was genau ist das und wie habe ich das bekommen? Es ist alles verschwommen. Ich kann mich nicht an viel erinnern. Wir trinken das nicht. Ich gebe es ihr. Bitte schön. Wolltest du das rote Zeug haben? Nimm's. Ich habe das Ding, das du mich gefragt hast. Aber sind Sie absolut sicher, es wird dir nicht verhören? Nicht so schuldig. Natürlich wird es nicht. Okay. Ich hoffe, du wirst wissen, was du machst. Kann ich jetzt deinen Namen verhören, bitte? Dass sie eine Lügnerin ist. Danke für deine Hilfe. Tu es nicht. Nimm das Zeug nicht. Können wir es nicht davon abhalten. Sie ist verschwunden. Kann ich mich jetzt bei ihr entschuldigen? So ganz scheinheilig. Na man. Ich fühle mich. Aber ich kann nicht verhören. Okay. Könnten jetzt nochmal hingehen, um Metadur zu kriegen. Sorry, Ma'am. Ich kann dich nicht durchlaufen. Wir brauchen eine Discharge-Lettung von deinem Doktor zuerst. Hier. Sind Sie jetzt glücklich? Ja, das sieht gut. Dann klapf deine Hände. Kann ich einfach deine Namen verhören, um zu verhören, dass du wirklich Anne Burton bist? Oh, okay. Ich wusste nicht, dass du, wie du lernst. Da geht's. Kann ich jetzt gehen? Natürlich. Danke, Ma'am. Wir sehen uns bald. Was? Hoffentlich nicht. Nein. Du wirst nicht. Jetzt rausgekommen aus meinem Weg. Bitte. Sie ist aber ganz schön unfreundlich, die gute Susan. Untersuchen. Untersuchen. Eine Lagerraumtür. Abgeschlossen. Verdammt. Untersuchen. Tür zu einem Büro. Auch abgeschlossen. Verdammt. Notfall können wir nirgendwo hin. Oh oh. Hallo, Dr. X. Und du musst du Susan Ashworth sein. Ähm, well, vielleicht bin ich. Wollt ihr mich, wenn ich dich gefragt habe, wo du gehst? Ich ging nur ein bisschen Gehen. Streich meine Läge. Geh ein bisschen freshes Luft. Oh oh. Oh oh. Give it a rest. I'm not going anywhere. Miss Ashworth, please relax. There's been a mistake. You have been prescribed wrong medication. I apologize sincerely on behalf of my team and the hospital. But luckily we managed to spot it on time. On time? You have no idea what I've been through? Once again, I'm truly sorry. I promise no more drugs will be given to you. I personally guarantee you will have a good, peaceful sleep tonight. And you can be discharged in the morning. Why can't I go tonight? I want to go now. I'm really sorry. But we can't legally discharge suicidal patients without a full psychiatric assessment. It's too late for it now. But I promise we'll have a chat in my office first thing in the morning, okay? And then you can go home. Is that alright? I haven't really got much choice, have I? Genau, was haben wir sonst für eine andere Wahl? Also, ziehen wir das einfach durch und... Ich will das einfach durch. Qing